Kühn, 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 der feine Herr Feisic. Der trifft nicht, wer trifft denn dann? Drei heiße Schüsse, oben zwei Punkte, unten ein Punkt, aber einen kühn, schießt nur oben. Ja! Kühn, 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 kühn. Der feine Herr Feisic. Komm mal nervös, es geht, es geht. Mein Gott, der trifft nicht. Wer trifft denn dann? So hat er auch geübt. Drei Punkte hast du schon mal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall oben einen Bübo. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Drei Punkte. Drei Punkte, ist okay. Scheiße, der erste hätte auch reingeben müssen. Vier Stück.